Der ROG XRS Bissanzeiger wird an der mittleren Taste durch Halten der Taste eingeschaltet. Über die LED-Lichtlaufleiste wird der Zustand der Batterie angezeigt. Mit der Plus- und Minus-Taste kann ich die Lautstärke regulieren bis hin zur Stummschaltung, welche über die rote LED angezeigt wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017